So, beim letzten Mal waren wir mit unserer Neuling-Truppe hier bei diesem Ufo stehen geblieben. Es war noch nichts passiert und hier gehen wir mal raus. Mit dem Lord. Der sieht aber noch nichts. Weiß gar nicht mehr, worum es sich hier gehandelt hat. Schlangen Menschen, glaube ich, und wir sind ja direkt neben dem Ufo. Interessant, dann kann der Zombie gleich mal hier Reaktionsfeuer auf den Eingang machen, falls da wer rauskommt. Okay. Er sieht auch gleich ein. Ein Snakeman in der Scheune, bitte abknallen. Das war aber mal gar nichts. Wenn wir das mal so ausdrücken dürfen. Ich hoffe, der Lord macht es besser. So, bitte. Ach, komm schon, Mensch. Ach, komm, den Hellraider mal raus. Vielleicht kann der von da schießen. Sehr gut. Der hat es gerichtet. Jawoll. Schön reagiert mit Reaktionsfeuer. Zwar nicht getroffen. Probiert es der Zombie nochmal. Sehr gut. So. Geht der Hellraider hier schon mal an Eingang? Und der Lord auch. Oi. Da steht noch so ein Freund. Kann leider keiner schießen. Doch, der Lord kann von hier. Bitte triff. Jawoll. Super. Der hatte zwar nur einen Stunlauncher, aber trotzdem. So, jetzt sollten wir vielleicht nochmal die E68 rausschicken. Der Rookie geht dann mal rein. So. Sieht aber keinen. Okay. Dann gehen wir nochmal raus. Und der Zombie geht nochmal hier in die Richtung. Okay. Gehen wir rein. Und zwar zu dritt. 68 da hin. Der Lord hier hin. Und der Hellraider, ja. Geht mal mit dem Rookie da hin. Und der Zombie guckt mal hier in die Scheune. Sieht da aber keinen. Okay. Viele werden es wohl nicht mehr sein. Da sehen wir ein. Sehr gut, Rookie. Und der Lord guckt hier mal. Und das war's auch schon. Das ging ja flott. Wieder 50 Elerium. Sehr schön. Und ein bisschen Übung für unsere Truppe. So. Jetzt müssen wir wieder einen Aufsteiger haben. Genau. Die 68. Wen haben wir da als nächstes? Den Dark Feeling. So. So. Dark Feeling. So. Herzlich willkommen im Team. Gut, ähm, dann sollten wir den Jungs vielleicht nochmal einen Blaster rüberschicken. Wie nicht genug Lagerplatz. Erstmal das Gelumpe hier weg. Das brauchen wir auch nicht. Legierungen brauchen wir auch nicht. Haben wir drüben genug. Betäubungsbomben brauchen wir nicht. Kleine Abschussrampen brauchen wir nicht. Gut. Ähm, haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz? Haben wir. Gut, äh, jetzt aber. Zweimal Blaster. Ja, und mal zehn Bomben rüber. Passt. So, und ich glaube, ja, eine Basis werden wir auf jeden Fall noch spielen. Obwohl, mal schauen. So, hier ist der Hangar bald fertig. Super. Dann werde ich jetzt nochmal. Äh, Transfer. Dann transferieren wir hier den, äh, Moment mal, wie machen wir das? Hier den Abfangjäger hin transferiere. Und, äh, ja, wir machen das mal so. Wir transferieren mal den Abfangjäger nach Indien. Denn mit dem Avenger können wir ja schießen und abfangen. Und wir produzieren mal einen Firestorm. Damit das auch mal vorkommt. Ich weiß auch selber gar nicht mehr, wie das mit dem ist. Wie gesagt, nämlich sehr selten. Auch schon ewig her, dass ich das letzte Mal probiert habe. Acht Tage. Das ist in Ordnung. So. Okay. Klein Ernte Südamerika. Plaster ist da. Wird ja gerne mal so eine scheiß Bergmission spielen. Na ja, komm, probieren wir es mal hier. Gut, ähm. Ja, können wir eigentlich noch mal eine kleine Übungsmission machen. Alle mit an Bord. So, ein Blaster kommt mit. So. Plasma sieht gar nicht so schlecht aus. Gut, ähm. Sieht hier mit den Rüstungen aus. Der Dark Failing kriegt noch einen Energieanzug. Gut, äh. Machen wir uns noch mal auf dahin. Müsste dann in der Wüste sein. Sehr groß Infiltration Europa. Das ist nicht gut. Infiltration wollen wir nicht. Probier mal, ob wir den mit dem Avenger kriegen. Ja. Der wird zwar ein bisschen Schaden nehmen, denke ich mal. Aber den könnten wir runterholen. Na los. Jawoll. Aber Infiltration, das wollen wir nicht. Aber wie ihr seht, man kann die sehr großen runterholen mit dem Avenger. Na los. Ah. Gut. Kriegen wir hier noch mal ein bisschen Übung rein. So. Kriegt der Hellraider mal den Blaster. Und ja. Dann passt das, würde ich sagen. Da sind wir in der Wüste. Drei Rookies haben wir noch. Der Zombie geht gleich mal raus. Sieht aber nichts. Ja, wir sind hier genau in der Ecke. Dann geht der Lord gleich mal mit. Nichts passiert. Schiff sehen wir leider noch nicht. Hat sich auch noch keiner bemerkbar gemacht von den Bengeln. So, der Hellraider mit dem Blaster. Dann geht der Schlaggelux noch mal hinterher. Und dann noch mal die Rookies, würde ich sagen. So. Ein Mutton hat sich bemerkbar gemacht. Lord sieht ihn auch. Probiert der Rookie erst mal zu schießen. Ganz mies. Ganz schlecht. So. Dann der Lord bitte mal. Oh, sorry. Mein Rechner mal wieder. Moment mal kurz. So, sorry. Da sind wir wieder. Die Kiste geht mir manchmal echt auf den Geist. Mit diesem Scheiß im Hintergrund immer. So, der Zombie mal. Jawohl. Damit ist der auch Geschichte. Und dann holen wir noch mal die 64 raus. So. Da hinten stapft noch einer durch die Gegend. Jawohl. Jawohl. 64 sieht ihn auch. Probier mal dein Glück. Jawohl. Good shot. So. Okay. Wir hören Bewegung im Schiff. Wir sehen es aber noch nicht. Gucken die beiden mal hier hinten. Okay, da ist das Schiff. Okay. Dann gehen die hier rum und die beiden nähern sich von hier. Gut. So machen wir es. Zombie mit hier lang. Und Schlagiluchs geht mal mit den Lokis da oben lang. Okay. Ey. Da hat wer auf den guten Lord gefeuert und der hat auch gleich zwei tödliche Verletzungen. Ähm. Ja. Der hat Gott sei Dank ein Mad Kit. Okay. Dann versucht der Lord den erstmal zu killen. Der weigert sich aber zu sterben. Ah ja. Super. Der Zombie vielleicht. Kannst du den killen? Aus dem Stand vielleicht. Auch nicht. Scheiße. Jetzt mach schon. Da sehen wir ihn. Scheiße. Okay. Scheiß drauf. Dann muss der Hellraider ran. Bitte einmal blastern. Weil das muss ja nicht sein, dass wir jetzt einen verlieren. Weil die Jungs nicht treffen. So. Zack. Da wäre er platt. Gut gemacht. Und in der nächsten Runde heilen wir mal den Lord. Yeah. Schöner Reaktionsschuss. kam der Bengel dreist aus dem Ufo. Aber der Rookie hat sich den glaube ich gleich vorgenommen. So. Sanitasche nutzen. Und die Kopfwunde ist geheilt. Gut. Kann der Lord gleich mal weiter gehen. So. Die 62 auch. 64 hinterher. Und der Schlaggelux. Da kriegt der arme Lord von da hinten eine verpasst. Zombie sieht den Schuldigen. Knall ihn ab. Klappt leider nicht. Sorry Lord. So. Dann nochmal hier der Hellraider. So Freundchen. Auch der ist platt. Sind aber immer noch nicht alle tot. Ah ja. Wir nähern uns hier mal vorsichtig. So. Ja. Und wie es weiter geht sehen wir in der nächsten Folge würde ich sagen. Ich mache erstmal Schluss. Macht's gut. ário. Viz gentil. Ich mache sinnen punto. Also. Ich mache. Ich mache. Schrei. Also. Ich mache. Ich mache. Das heißt. Ich mache.